und es ist echt arg windig mal schauen let's go gleichfalls weiter weiter das walzt einem fast die kakasse vom ralf, eher von der felge das ist so schwierig den speed dafür zu judge es ist so windig jetzt kommt das geleide anscheinend nutzt niemand mehr diese kurve alter ich mag nicht mehr gleich oh oopsie was ist hier? oh ist das auch gut dafür fehlt die fitness dieser kurve ist irgendwie einfach ein paar viele schwierig das irgendwie schön zu machen aber obendrin ja die jumpline läuft wie eh und je bisschen windig aber passt